Wir haben mehr Bomben. Ist die denn überhaupt noch 2,3 oder 2? Muss ich gucken, ich wollte gerade gocken, hat er drauf getrackt. Zum Schluss haben wir dann noch 3,7 dagegen. So, aber letzte Runde für mich. Was? Ja, ist der Alkohol alle oder was? Ja, ich bin schon wieder nüchtern. Was war denn das jetzt schon wieder? Schlecht. Hörst du mit diesen scheiß Brüllkäfern aus? Welcher Punkt? Oben, unten, oben. 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 Voila. Malach-Action. Go, go. To battle. Dass ich der Röhrig bin. Ah, I like this. So, auch wie dein Panzer ist voll lässig. Bist ja auch aus der Reserve. Gratuliere, mein Sohn. Die mobile Infanterie hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Huha! Huha, Marabain, was machst du denn da? Der bleibt an irgendwelchen Dingern hängen. Ja, Grasmapel oder Läge? Läge. Ja, 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 das war für mich Sprentholz, Will Markus. Genau. Was, was tue ich? Was ist da los? Da fährt man nicht lang. Ach so. Dr. Kavikaze. Dann, warte mal, dann fahre ich mal hier aus dem Weg. In welche Richtung? Rechts. Ah, ich weiß nicht. Alter, mit diesen Ami-Panzern kannst du da doppst du vom Bürgersteig ab. Ja, ist unglaublich. Die fliegen. Die haben doch Helium gehabt. I can fly. Das kommt so. Jetzt haben die Helium gehabt. Ja, ne. H3O. Flack ist ja ganz schön mutig, oder? Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich habe mich verfahren. Die Mut, wer Mut ist getrunken. Ich suche jemanden, den ich fragen kann. Wenn ein Panzer IV vorsteht, weißt du, wo du bist. Falsch. Entschuldige, wenn man Feinde gesehen. Entschuldige, ich bin hier richtig. Hat jemand schon Feinde gesehen? Nee. Nein. Die sind alle verschollen. Njet. Ich glaube, sie haben einen perfiden Plan. Ah, klar. Sie stehen auf der Ebene. Gut, dann können wir ja weiter. Ich glaube, sie stehen auf der Ebene, hinter A. Und erwarten uns. Ich habe den Verdacht, dass die vielleicht außenrum waren. Okay, einer wurde gemeldet im Cap-Punkt eben. Vor A jetzt. Na gut, fangen wir auch mal zu capen, oder? Ja, gucken wir mal, ob die kommen dann schon. Die kommen dann schon, die Jungs. Ich fahre rechts. Ich fahre hier in den Busch. Ein Panzer hinter uns. Im Links. Hinter wo? Wir sind gerade reingefahren, Cap-Punkt. Nein, nein, ich stehe hinter dir. Ach da, wo schießt du hin? Äh, an dem Haus, hinter den Büschen. Hä? Ein T-26. Oh, haben wir die Russen gegen uns? Ja, wo ist denn ein Deutsche? Ja, der T-26 ist bei der russischen Kiste und hinten dran steht ein Panzer IV. Irgendwas habe ich getroffen, aber das ist ein T-26, der macht halt Bonbon. Ja, genau. So ein Ari, da musst du im Nahkampf fahren. Oh, was war denn? Und der andere Kampf hat mich von links erwischt, die ganze Länge entlang. Irgendwo von über dem See. Das gibt's doch nicht. Wo kommt denn jetzt der aus der Stadt hinten her? Aus der Stadt? Wir sind aneinander anscheinend vorbei gerast, gerade vor. Ich hab Flack. Wir sind doch durch fast jede Straße durchgefahren. Nein, ich bin durch jede Straße. Ach, verdammt. Ich hab's gewusst. So, ich hab Flack, ich bin hinter dir. Aber nicht mal das selbe spielen wie der. Wir machen eine andere. Nee, aber guck mal, wir haben A ein bisschen genommen, das finde ich cool. Wir sind nur noch dabei. Kommen wir mal zum Rudi. Ich fahre einfach direkt hinter dir und guck, wo ich rauskomme. Wo bist du, Markus? Ich bin Hangar. Ah ja, ich bin geplatzt und fertig. Aber du hast doch auch schon eine Flack, oder? Nein. Wie, du nimmst keine Flack mit? War kaputt. Das ist da vorne, Flack. Schieß halt mal drauf. Ja, ist ein Panzer. Ich seh's noch nicht. Ich seh ihn auch nicht. Ich halt grad auf und hol mehr Trefferbunte. Wo ungefähr? Ich seh's nicht. Wo schießt du hin? Die Straße entlang. Rechte Seite. Ich seh deine Schüsse nicht. Unglaublich. Weißt du, siehst meine Schüsse nicht mal? Ah, jetzt seh ich sie. Versteh ich gar nicht. Wieso ist meine... Als ob ich die Flack eigentlich nicht dabei krieg. Das bringt uns nämlich fahrzeugtechnisch dabei. Da ich hab auch das 71 Kunde, ist auch eine Peel. Ne, ne, wir müssen noch ein bisschen. Okay, ich bin gleich wieder bei euch. Wieso droht der uns? Warum droht der uns? Äh, wo bist du? Mach du da. Freize da weiter, plack links, die Straße. Äh, wer droht uns, Rudi? Meikus droht uns. Spiel gleich, Spiel hat er. Achso, und gleich. Von rechts hat er irgendwas geschossen. Skyport, anscheinend, mein Soundleiser gedreht fürs Spiel. Ja, das macht er automatisch. Kannst du auch ausschalten. Das ist aber eine Windows-Einstellung, keine Skype-Einstellung. Skype macht das auch, glaub ich. Windows 7 macht das? Ja. Bei Kommunikationsgerät. Äh, sag mal, ich dachte, ich hab gesoffen. Ich hab auch heute schon Sekt getrunken. Oh, ich hab mich mal ganz böse weggeschossen mit... Alter, lass mal das. So, hoffe ich, dass wir nicht wieder im Gebüsch irgendeinen Eierkopf haben, der uns gleich wegschießt. Gar nicht schießt nicht mit irgendwas. Ja, da vorne ist ein Gebüsch, kommt Feuer an, äh, T-26E. Okay, ich treffe mal irgendwas. Ich seh nicht ganz richtig, weil das ist alles nur mit Rauch und... Aber es ist ein Kill-Assist. Ich werde irgendwie von links beschossen. Ah. Von hinten? Nein, da vorne war das. Hinterm Eck. Vorsicht. Wahrscheinlich war es den Wald... Ja, die schießen hinten, da wo der Wald ist und dieser Wald und die Gebäude. Hm, jetzt kommt ein Panzer vom Cap.2 über den Hügel. T-5. Die ist drauf. Abhin. Sag mal, wie viel hält denn diese scheiß Flak aus? Hast du H... Schießt auch H-E drauf. Na, ich hab nur diese Schrapnell-Munition noch. Jetzt, ich hab den letzten Mann getroffen, endlich. Was über den Hügel von Spawn 2? Ja. Ja, schon. Was auf dem Schießen mit dem MG, da hinten steht irgendein noch was. Ich fahr zurück in den... Ah, da ist er! Oh, ich hab den Schuss, ja. Ich hab den was, der WT-7 oder was das war. Ja, da ist noch was. Ah, ich seh im G-Feuer. Sie schießt da in den Wald rein, da ist was. Okay, wir haben's gleich. Ja, ich hab's schon. Wenn jemand den Rücken springt. Ach Gott, ihr cappt ja schon die ganze Zeit. Ich steh hier irgendwo außer Halle. Ja, wir cappen schon die ganze Zeit. Das hab ich nicht gepeilt, ich stand die ganze Zeit hinterm Cap. Einmal warst du kurz drin. Ja, ja, kurz und dann hab ich's wieder verpeilt. Und... enjoy.